Baumkrone, der Oge, der Begeisterung, bergauf, mein Antrieb und Stimme. Für mich wollte ich Ihnen nur mal hören und sagen, dass du das größte Führer bist. Für mich wollte ich Ihnen nur mal hören und sagen, dass du das größte Führer bist. Wenn man so will, bist du mein Schlag-Eria, meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßradenabteilung im Supermarkt.